I don't like your perfect crime, how you laugh when you lie, you said the gun was mine, no I don't like you, but I got slaughtered, I got... Hallo liebe Leute, mein Name ist Peter und ihr guckt euch AVA Group Media Kanal an. Leider bin ich diese Wochenende hier in Hamburg in der Ibis Hotel stecken geblieben und da seit den letzten Videos, wir wissen, dass der Tablet nicht immer das macht, was ich will mit Adobe Pro, so mache ich jetzt eine Episode für euch, wo wir nur einfach miteinander plaudern. Viele wollen wissen, wieso der Kanal AVA Group genannt wird, welche Wette eigentlich zu diesem Namen führte. Also wenn dich das Thema interessiert, bleib mit mir, legen wir mal los. Bis zum nächsten Mal. Musik Also erstmal sprechen wir darüber, wie überhaupt das Ganze angefangen hat, wieso brauchten wir einen Firmenname oder einen Namen. Der Story fang eigentlich 2009, 2010 an, wo ich einen Hauptberuf hatte, allerdings es war ziemlich langweilig und ich hatte auch Kollegen in das Büro, ganz genau gesagt eine Fotograf, eine Designerin und eine ITler. Und alle haben sich beklagt, dass die hätten so vieles Arbeit, so privat nebenbei, aber alle Kunden wollen ja Rechnung haben und wir sollten mal anfangen eine Firma suchen, der denen Rechnung schreibt. Nach einiger Recherche hat sich klargestellt, dass in Ungarn eine Firma aufzuenthalten, kostet etwa 70 Euro im Monat. Also ziemlich günstig und wenn er natürlich arbeitet, der in einem Monat 70 Euro nicht verdienen kann, der verdient das nicht langfristig zu überleben. Also ich habe auf den Tisch geschlagen und habe gesagt, gut Leute, ich mache die Firma und ihr werdet ja alle Rechnung von mir bekommen, für die Leistungen, die ihr auf Vertrag unter der Firma machen werdet. Und dann habe ich mit diesem ITler Junge zusammengesessen, er wollte Mitinhaber sein in dieser GmbH, was wir eigentlich gegründet haben und die Frage war, wie soll der Firma heißen und lange hat er sich gezogen, ja er weiß nicht und er hat keine Ahnung, keine Idee. Ich habe gesagt, gut, kein Thema, ich habe mal ein paar Bücher genommen, Marketingbücher durchgelesen und der Fazit war, eine gute Firmennahme fängt möglicherweise mit A an, ist extrem kurz und ist möglicherweise symmetrisch. Ich habe mal die Idee für diesen ITler-Kollegen präsentiert und er war überhaupt nicht entzückt. Also er hat gesagt, das gibt es nicht, das ist unmöglich, so eine Domain zu finden, also das kannst du vergessen. Thema ist, dass der Wort unmöglich in meinem Wörterbruch nicht existiert, ich habe das nicht akzeptieren wollen und in Ungarn gibt es eine Webseite von der großen Domainverwaltungsgruppe, wo du nachgucken kannst, welche Domäne bald auslaufen. Und dort habe ich auf die ava.hu-Domain gefunden, der ziemlich am Anfang Januar 2010 auslaufen sollte. Wir haben wieder mit der ITler-Kollegen uns unterhalten, dass dieser Domain uns absolut ideal wäre, fängt mit A an, ist nur drei Buchstaben und ist symmetrisch. Ja, das kannst du vergessen, es ist absolut unmöglich, so eine Domain zu buchen. Ausgerechnet, dass es eine ablaufende Domain ist, also der jetzige Inhaber wird das ganz sicher verlängern, dieser Vertrag. Ich habe mal mit dieser Domainverwaltergruppe telefoniert, gesprungen und die haben mir gesagt, es gibt eine Dienstleistung, also nicht ganz offiziell, aber die haben so einen Computer-Roboter, der ab Mitternacht, wo Domäne auslaufen, so jede Zehntelsekunde den Request rausschickt, dass ich will diese Domain haben. Und möglicherweise, wenn der Vorbesitzer den Abo nicht verlängert, dann können wir den Domain haben. Kostete nicht mal 30 Euro, glaube ich, der ganze Spaß. Also, habe gesagt, lohnt sich. Inzwischen, also das war irgendwie im November, bis Januar müssten wir warten und inzwischen habe ich sogar den Vorbesitzer des Domains angerufen, dass, wenn er seine Domain nicht verlängern würde, dass er seine Domain nicht braucht, dann würde ich gerne einen höheren Betrag dafür bezahlen, dass ich diese Domain haben könne. Er hat wirklich ausgeflippt und mich gepögelt, dass, wie kann ich so hinterhältig sein, dass ich seine Domain ihm weggreifen will und er wird mich bei der Polizei anzeigen und das geht gar nicht, er braucht diese Domain und Schlusspass. Und dadurch habe ich gesagt, gut, dann wird er sicherlich jetzt ausgerechnet, wo ich ihm aufmerksam gemacht habe, dass seine Domain ausläuft. Der Sache ist verloren. Am 5. Januar oder so kommt der E-Mail, dass ab jetzt der Domain mir gehört. Scheiße. Ja, ich habe ihn vorgewandt, aber er hat es nicht verlängert, also Domain ist meine, aber zwei Tage später kommt der Telefonanruf, dass das Wort AVA eigentlich ein geschütztes Patent ist und solange ich kein Papier einreichen kann, dass ich diese Domain mir selbst buchen kann, dann wird das nicht klappen. Ich habe sehr schnell den Internet aufgemacht und geguckt, wer hat eine Patent auf die Wort AVA eingereicht. Es sind über Hunderte, mehrere Hunderte Firmen, die auf Produktionsverfahren, chemische Sachen, Leistungen, Dienstleistungen und sowas das Wort AVA patentiert haben, mit Urheberrecht versehen haben, Copyright, wie auch immer. Und ich habe diese Liste durchgeguckt und ich habe eine amerikanische Obstproduktionsstätte Farm gefunden, der für eine Verfahren, chemische Verpackung oder wie auch immer Verfahren diese Patente eingereicht hat. Und ich habe die angeschrieben, ganz ehrlich, ich bin aus Ungarn, ganz kein Land in Europa, der andere Seite der Welt und wir machen IT und ich brauche diese Domain und wenn er vielleicht so nett wäre und mir ein Papier aufstellen würde, dass er in seinem Namen, also er erlaubt mir AVA den Domain zu buchen, weil es ist so, egal welcher von dieser Patentinhaber dieser Papier aufstellt, einer muss das ausstellen und dann geht es. Ein paar Stunden später kommt ein E-Mail, beziehungsweise mir nur im CC, an seine Anwalt und er hat die Aufgabe gegeben, dass seine Anwalt mir dieses Papier vorbereiten soll. In einigen Tagen war das Papier da und wir hatten das Domain. Geil! Wieso Gruppe? Wir haben schon darüber gesprochen, dass ich hier auf YouTube so eine Social Media Gruppe für YouTuber schaffen möchte, was teilweise auch schon funktioniert und recht gut funktioniert und deswegen AVA Group Media. Allerdings, damals wo wir diese GmbH gründen wollten, da war das Hintergedanke, dass der ITler macht die EDV-Seite, der Fotograf macht die Fotograf-Seite, die Designerin macht ihr Designbüro und der AVA, ich mache Sailing, also ich habe Segelboote auf der Adria verchartert, Segelkurse gemacht, praktische Prüfungen und praktische erste Segelkurse auf Adria gemacht in dieser Zeit, neben dem eigentlichen Hauptberuf und dadurch wachsen wir zu einer Firmengruppe aus. Natürlich, wie das Leben so ist, hat es sich so gegeben, dass sobald wir, also nach einem Monat waren wir rechnungsfertig. Wir waren schon dabei, POS, also Karten, EC-Karten, Bezahlungsprogramme zu kaufen und wir waren schon soweit. Der Fotograf ist gleich abgehauen, die Designerin hat noch unser damaliges Logo gezeichnet und ist dann abgehauen und der EDV-Mensch hat eigentlich nichts gemacht, überhaupt nichts. Ich habe meine Segel, also wir haben verchattelt, wir haben die Kurse gemacht, wir haben Segel-Turns auf der Adria gemacht. Nach einigen Monaten habe ich auch die unangenehme Frage bei der ITler gemacht, wie denkst du, wie das jetzt hier weitergeht? Und er sagte, naja, er hat so gedacht, obwohl er auch Inhaber war, dass da ich der Geschäftsführer von der Firma bin, meine Aufgabe wäre, Projekte zu holen. Kein Problem, also können wir machen und innerhalb von drei, vier Tagen waren fünf Projekte da, wofür ich Vertrag geschrieben habe, unterschrieben lassen habe, die Vorschüsse eingeholt habe, also der erste Aztec. Und man könnte arbeiten, nach Wochen hat sich nichts getan. Wieder Telefonanruf, Personalgeschwächel, weiß nicht mal, wie das war. Ja, er hat eigentlich keine Zeit. Gut, aber wir haben einen Vertrag, die Zeit geht, wir haben hier einen Vertrag, eine Deadline, also wir müssen mit unserem Auftrag fertig sein. Ja, er hat keine Zeit. Gut, zum Glück hatte ich einiges Verstand zum IT und habe eigenhändig diese, das waren Webseiten, diese fünf Webseiten fertig geschrieben. Die Kunden waren happy, alles wurde bezahlt, ohne Probleme. Dann ging es der Herrschaft natürlich nicht freiwillig von der Firma. Ich blieb bei den Segeln und wenn es so einfachere IT-Aufgaben kamen, dann habe ich die auch alle mitgemacht. Und dann ist die Frage, was mit dieser AVA-Gruppe Hungary GmbH passierte. In 2013 kam die Möglichkeit, dass ich hier in Deutschland anfangen kann. Und, beziehungsweise, nee, einer steht zurück. Ich hatte doch eine richtige ITler gefunden, eine neue, unsere Don Mortis. Mit dem könnten wir extrem gut zusammenarbeiten. Wir haben richtig Kohle gemacht mit den verschiedenen Animationen und Webseiten. Und dann habe ich ihm gesagt, gut, also so viele Pferde kann ich nicht mit einem Arsch sitzen. Ich fahre jetzt nach Deutschland zum Arbeiten, also wir machen dem Firma zu. Und er war derjenige, der gesagt hat, nee, Firma nicht zu. Wir haben schon zu viel investiert, zu viel daran gearbeitet. Er wird die Firma von mir kaufen. So war es auch. Ich bin ausgestiegen und das war von meiner Seite der AVA-Gruppe Hungary GmbH. Ja, wenn euch dieser Episode gefallen hat, dann drückt auf den Like-Button, abonniert meinen Kanal und teilt diese Video mit deinen Freunden, damit die auch über diesen Kanal erfahren. Wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss. ... Vielen Dank.